Hallo liebe Camper! aus Dingelsbühel. Ich melde mich heute mal nicht mit einem Technikvideo, sondern mit einer kleinen Roomtour, weil wir ganz stolz sind auf unser Neufahrzeug, das wir hier anbieten. Wir sind nämlich auch Tournee-Vertragshändler oder Tournee-Händler und haben ein neues Ausstellungsfahrzeug bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Marke einfach. Also der Tournee ist im Van-Bereich echt ein super tolles Auto, qualitativ, wie auch optisch finde ich das sehr schön. Also ihr seht, meine Frau hat hier schon fleißig dekoriert und das ausschraffiert. Und ich möchte euch hier einfach mal ein bisschen die Details erklären von dem Tournee, warum ich so begeistert bin vor dem Fahrzeug. Also ich fange jetzt am besten nochmal außen an, indem ich mit euch mal rumgehe. Der steht jetzt hier in unserer Ausstellungshalle. Wenn wir hier schon mal anfangen, haben wir hier schon mal den Wasserzulauf, ganz klar, das ist natürlich Standard. Hier haben wir aber gleich nebendran eine Außengassteckdose. So gleich auch von der Position her super positioniert im hinteren Teil des Fahrzeuges. Man kann hier gleich ein bisschen Beleuchtung aufstellen und dann dementsprechend seinen Grill herstellen und kann es sich so richtig gemütlich machen. Bei dem Fahrzeug haben wir jetzt mal schwarze Alureifen dazu genommen. Also ich finde es richtig toll zu dem Ice Blue und den schwarzen Kunststoff Akzenten, wo da dran sitzen, passen die super dazu. Also echt tolle Optik, finde ich. Und dann, wenn wir hier rumgehen, hier haben wir jetzt gleich mal ein Thule Fahrradträger montieren lassen. Der ist gleich serienmäßig mit angeboten. Also eine Serie als optional kann man den mit bestellen. Den haben wir gleich mit drauf machen lassen. Und wenn wir jetzt hier mal rumgehen, haben wir hier natürlich noch eine Anhängerkupplung. Die ist allerdings Serie. Dann haben wir hier das hintere Teil vom Fahrzeug. Machen wir hier mal die Tür auf. Dann haben wir hier den Gaskasten. Machen wir auch mal auf. Da ist Platz für eine 11 Kilo Flasche. Warum nur eine 11 Kilo Flasche? Ganz einfach, weil das Fahrzeug in der Hauptsache Dieselheizung hat. Aber da komme ich gleich drauf. Und hier auch so nette Details wie hier oben die Leseleuchten, Ambiente Beleuchtung. Hier hinten nochmal Steckdosen. Auch auf der Seite nochmal 12 Volt Steckdose. Satt Vorbereitung. Lautsprecher im hinteren Bereich. Dann auch hier nochmal eine blaue Lampe oder Ambiente Beleuchtung drunter. Mit schönen großen geräumigen Schränken, wo man richtig toll seine Sachen verstauen kann. Dann hat man auch nur die Möglichkeit durchzuladen. Ich möchte es jetzt bloß nicht machen, weil meine Frau hat das hier alles so schön dekoriert. Man nimmt einfach nur das Brett hier hoch. Da hat man diese Klipse dran vom Sicherheitsgott. Die nimmt man und klipst die einfach hier oben an. Und dann habe ich schon die Möglichkeit, hier längs komplett durchladen zu können. Dann haben wir hier ein Schott. Das kann man einfach hier entriegeln. Dann schiebt man das rüber. Dann ist die Ladung hinten gesichert. Hier haben wir nochmal ein schönes offenes Fach, wo man Getränke oder sonstiges einräumen kann. Das ist richtig groß und geräumig, wo ziemlich viel rein passt. Dann haben wir hier nochmal im Außenbereich, also im Hinternbereich ganz hinten selbst eine 230 Volt Steckdose verbaut. Finde ich auch richtig klasse hier im Bettbereich. Also echt mega. Dann gehen wir mal auf die andere Richtung des Fahrzeuges. Mit dem Eisblau ist die Farbe. Da haben wir hier auch mal so einen hübschen Bullfinger hingemacht. Also das finde ich auch optisch sehr ansprechend. Schaut klasse aus. Richtig schön das Auto. Dann haben wir bei dem Fahrzeug jetzt auch, gehe ich hier mal mit euch hinter in dieses Abteil. Was haben wir hier verbaut? Hier haben wir nämlich einmal die Außendusche verbaut. Das ist dann auf der anderen Seite vom Fahrzeug, wo die Toilettenkassette drin ist. Kann ich hier einfach meinen Schlauch anstecken und warm-kalt hier die Pumpe einschalten. Also auch richtig toll gelöst. Und hier unten haben wir dann das elektrische Ablassventil. Da fährt man einfach über den Ablass am Stellplatz und drückt auf Ablassen oder Schließen. Und dann kann man das Ganze wieder auf neutral schalten. Also auch tolle Sache. richtig schick. Und Magnethalter für den Deckel der Toilette. Also auch das ist schön durchdacht. Und auch die Fenster toll. Also richtig schick. Super verbaut. Qualitativ ist das schon richtig richtig hochwertig, das Fahrzeug. So, dann gehen wir mal ins Innere. Was natürlich auch serienmäßig ist, ist die Markise mit dieser Außenbeleuchtung Dimper mit einer Fernbedienung. Hier haben wir die elektrische Trittstufe. Dann, wenn wir reinkommen, fangen wir hier gleich mal im Küchenbereich an. Hier haben wir den Herd. Der finde ich auch was Besonderes hat. Der hat nämlich hier nochmal einen Ablauf. Auch wenn hier mal Nudelwasser oder irgendwas überkocht, kein Problem. Geht direkt in den Abwassertank. Und zum Reinigen ist es schön, wenn man mal ein wenig mehr Wasser nimmt. Läuft alles hier gleich weg. Also tut man sich auch wesentlich leichter von der Reinigung her. Also echt schick. Dann gehen wir hier weiter mit der Spüle. Ganz klar. Klassiker. Eine schöne Armatur. Also auch das ist richtig toll. Auch hier wieder so ein bisschen Wohnlichkeit mit herinnen, indem wir hier so kleine Fächerchen haben, die mit einem Magneten gesichert sind. Also da klappert und rappelt auch nichts beim Fahren. Da ist hier unten so ein kleiner Magnet. Die setzt man hier einfach auf. Also eine tolle Idee. Da kann man hier ein paar Kleinigkeiten reintun. Hier ein bisschen ausdekorieren. Also das sind ganz schöne Features. Dann haben wir hier auch wieder oberhalb der Küche einen schönen Stauraum, wo man schön viel unterbringt. Auch das ist echt Bravour-mäßig gemacht. Tolle Beschläge. Richtig massiver Holzbau. Also da, man muss auch echt sagen, der kommt vom LKW runter und es stimmen einfach alle Spaltmaße. Es schaut sauber aus. Es ist sauber verarbeitet. Auch hier, wenn wir den Schrank anschauen, das Spaltmaß. Echt schick. Also da fehlt sich gar nichts an der Qualität. Also das muss man ganz echt sagen. Das ist schon phänomenal. Ja, jetzt habe ich vorhin schon angesprochen Diesel. Hier haben wir das ganz normale Info-Control-Panel, wo man die 12-Volt-Versorgung an ausmacht, Außenbeleuchtung, Pumpe anschaltet, Batteriespannung prüft von den Fahrern oder Statter- und Aufbaubatterie, Wassertank prüft. Und hier sehen wir schon Webasto. Webasto heißt, hier ist eine Dieselheizung verbaut. Ausschließlich. Es gibt keine Gasheizung. Und wie machen wir jetzt uns warm Wasser? Da gehen wir dann mal hier rein in das nächste Fach. Da haben wir nämlich nochmal ein paar schicke Sachen. Hier sehen wir nämlich unser Waterheater von Will. Das heißt, ich kann hier einfach einschalten und das ist ähnlich bzw. funktioniert wie ein Durchlauferhetzer. Ich schalte das Thema ein, bis er zündet. Und wenn das auf grün ist, kann ich im Prinzip schon duschen. Also ich muss jetzt hier nicht erst 30 Minuten warten oder 20, bis das Wasser aufgewärmt ist und kann erst dann duschen, sondern das kann man im Prinzip sofort nutzen. Hier haben wir jetzt mal gleich eine Solaranlage verbaut, ein Flexi-Modul, was auf dem Dach ist und einen kleinen Wechselrichter. Das haben wir mal hier serienmäßig einbauen lassen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum macht ihr das serienmäßig, wenn er doch selber ausbaut. Ja, stimmt. Aber es ist natürlich schon schick, wenn man das gleich von Haus auf mit einbauen lässt, weil dann natürlich der Hersteller die Kabel schon mal grob vordimensionieren kann. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, wir wollen das Fahrzeug eventuell mal in unsere Vermietung geben. Dann hat das gleich so ein bisschen eine Grundausstattung und da muss man gar nicht mehr lange rumbasteln. Dann haben wir hier eine Solaranzeige, was die Solar bringt. Hier haben wir gerade eine Spannung von 12,7 Volt, 0 Ampere, klar, weil wir stehen natürlich in der Halle. Da kann nichts kommen. Das ist ganz klar. Und dann halt, stopp, das Wichtigste. Hier haben wir noch eine Fußbodenheizung. Das ist auch eine tolle Sache. Eine Fußbodenheizung, die es echt was bringt. Also die ist richtig schick. Die läuft auch nur auf 60 Watt. Also ihr müsst nicht Angst haben, dass das ein richtiger Stromfresser ist. Aber sie funktioniert dermaßen, dass es eben einfach diese Kaltbrücke, die von unten kommt, unterbricht und das hält die Füße warm. Also das ist richtig, toll. Dann natürlich hier unten wieder ein Haufen Schalter für die Leselampen, wo man einzeln schalten kann. Das finde ich auch toll, weil es kann ja sein, dass auch mal gegenüber oder woanders einer sitzt. Dann haben wir hier wieder die Fernsehvorbereitung mit Sat-Anschluss. Hier das Ambiente-Licht. Hier haben wir das Hauptlicht. Also auch da wirklich toll durchdacht. Also richtig schick. Hier schön ausdekoriert. Finde ich schick. Dann haben wir hier immer Klimaautomatik. Auch immer Serie. Das Kenwood-Navigationssystem, wo da schon verbaut ist mit Radio. Also auch das ist alles schon dabei. Tolle Sache auf dem Peugeot. Wir haben jetzt hier die 165 PS-Version. Finde ich vollkommen ausreichend für ein 6-Meter-Fahrzeug. Also richtig klasse. Dann haben wir einen Kompressorkühlschrank. Keinen Absauberkühlschrank. Das ist eine tolle Sache, weil durch den Kompressorkühlschrank spare ich natürlich schon wieder viel an Energie, sprich an Gas. Der funktioniert rein mit Strom. Tolle Sache. Und vor allen Dingen, was mir unheimlich gefällt, Kompressorkühlschrank im Wohnmobil, der macht halt auch richtig kalt. Absauber ist ja immer so eine Sache. Kann natürlich im Alter immer ein bisschen an Wirkungsgrad verlieren. Hier habe ich natürlich wirklich echt phänomene Platz und auch Kühle. Der kühlt auch richtig runter. Also das ist schon richtig phänomenal gut. Hier haben wir dann wieder eine 230-Volt-Steckdose, passend zur Küche, weil man hier natürlich vielleicht, wenn man zubereitet, Mixer, Wasserkocher, was auch immer. Wo stellt man das hin? Auch hier haben wir die Möglichkeit, hier seitlich natürlich noch eine Ablage auszuklappen, damit man hier mal verschnippeln kann. Und man ist hier gleich im Freien. Jetzt hier natürlich in unserem Shop. Aber wenn man dann draußen unterwegs ist, das ist eine tolle Sache. Einfach hier dann beidseitig wieder klipsen. Und dann lässt man das Ganze wieder runter. Dann sinkt es wieder ein. Hier haben wir einen Hocker zum Ausfahren. Gleichzeitig ist es auch die Umbaumaßnahme fürs Bett, weil wir hier vorne in der Dinette natürlich, wenn man das hier auszieht und hier drüber den Tisch runter senkt, ein richtig schönes, großes Bett bauen kann. Da sind auch hier oben die Polster dafür da. Also hier kann man auch ohne Probleme sofort schlafen. Man muss halt nur die Dinette umbauen zum Bett. Aber es ist technisch kein Problem und ist in wenigen Handgriffen gemacht. Also wenn man hier ein bisschen übt, hat man das in drei, vier Minuten locker umgebaut. Ohne große Anstrengung. Also kein Thema. Ja, dann schauen wir mal weiter hier runter. Weil hier im unteren Bereich haben wir dann nämlich noch mal einen schönen Kleiderschrank. Richtig tief. Da passt richtig was rein. Hier oben hängt nur eine Kleiderstange. Man kann nämlich die Böden auch dementsprechend nach unten durch nehmen. Und dann kann man kurze Sachen oder auch lange Sachen hier reinhängen. Also das funktioniert auch tadellos. Hat man einen schönen großen Kleiderschrank oder eben zum Legen. Je nachdem nach Wunsch und Belang. Und dann kommt, sind wir hier schon wieder beim Bett. Das habe ich euch vorhin von außen schon mal kurz gezeigt. Jetzt wollte ich euch hier die Lampe nochmal zeigen. Hier tippen wir die an. Jetzt leuchtet sie nämlich blau. Und wenn wir sie nochmal antippen, dann haben wir auch hier wieder ein schönes helles Licht. Auch das kann man machen. Hier über dem Bett auch nochmal ein großes Hägi. Das finde ich toll. Genau. Damit man auch mal rausschauen kann und den Sternenhimmel angucken kann. Und jetzt kommen wir hier zum Badezimmer. Das finde ich toll. Richtig gut gelöst. Hier ein großer Spiegel mit einem großen Schrank nebendran. Also richtig schönes, großes Fach, wo man entsprechend hier alles mögliche verstauen kann. Auch das richtig sauber verarbeitet. Da kriegt man gut was unter. Also das ist auch geschickt gemacht. Und auch hier haben wir wieder eine Kleiderstange. Weil hier kann man einmal Sachen reinhängen, wenn die mal nass worden sind, vom Regen, dass sie hier abtropfen können. Oder natürlich auch als Kleiderschrank nutzen, muss man dann halt raushängen, Jacken und so weiter, wenn man duschen geht. Oder man hängt hier seine Morgenmantel oder Handtücher hin, wenn man das möchte. Das ist auch eine vollwertige Nasszelle. Also hier haben wir dann die Möglichkeit zu duschen. Man nimmt einfach hier den Schlauch raus, eine Schlauchbrause und kann sich hier vollwertig duschen. Also das ist auch richtig gut gelöst. Hier unten haben wir dann auch die Duschwanne mit zwei Abläufen, damit das Wasser auch sauber weg kann. Und eine richtig vollwertige, hochwertige Nasszelle, wo man auch hier Jalousie gut verschließen kann. Ich finde auch toll, dass das hier eine Schiebedür ist, weil die ist definitiv nie im Weg. Das ist nämlich ganz toll. Die steht hier zwischendrin, sehr leichtläufig. Und wenn die zu ist, klappt hier auch nichts. Also das muss ich auch sagen, beim Fahren jetzt natürlich. Aber wenn die richtig dicht ist, dann klappert hier gar nichts. Da ist die gut geführt und richtig sauber gehalten. Wir sehen, die ganzen Nähte sind alle schön abgezogen mit Silikon, schön abgedichtet. Hier unten alles picobello sauber. Also da kann man echt nicht meckern, dass es richtig schick macht. Jetzt in Kürze kriegen wir ein Tournee. Da müssen wir die Toilette ausbauen, weil der möchte gerne eine Trockentrenntoilette haben. Da mache ich mal ein separates Video dazu. Da haben wir extra spezielle Trockentrenntoilette, wo wir hier verbauen. Und das ist auch richtig, ja, wird ganz gut, glaube ich. Jo, das ist das Badezimmer. Und was der Tournee natürlich noch hat, ist die tolle Eigenschaft, dass er nicht nur wintertauglich ist, sondern absolut winterfest. Also winterfest heißt, er ist so gut ausisoliert und so frostsicher verbaut, dass hier echt nichts passiert. Also hinten zur Hecktüre, da zieht es nicht rein. Und ich habe mich auch lang mit dem Camper Tobi über sowas unterhalten, weil der Camper Tobi hat den ja selber mal ein halbes Jahr lang gehabt. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Ihr folgt ihm auch und seht auch ab und an seinen Kanal. Und da hat man ja auch gesehen, er hat ein halbes Jahr das Auto gefahren und er hat es selbst bestätigt, weil er es auch über die Wintermonate gehabt hat. Also von hinten kam wirklich definitiv auch keine Kälte und nichts rein. Und das ist natürlich schon schick. Also da muss man nicht nochmal extra nachstopfeln und aushängen mit irgendwelchen Vorhängen hinter oder was rein in die Zuglöcher. Da zieht nichts. Also das ist schon echt schick gemacht. Also richtig toll. Dann hier vorne haben wir natürlich auch die Pläsees schon mit drin. Also das heißt hier das von unten nach oben. Das finde ich immer ganz schick, weil selbst wenn mal im Sommer die Sonne scheint, man kann es ein Teil hochziehen. Man muss es nicht ganz zu machen, dass man so ein bisschen rausschauen kann. Also auch da hat man viele Möglichkeiten, wo man das dementsprechend verwenden kann. Also auch ganz toll. Schickes Lederlenkrad. Also das ist richtig schön wertig gestaltet. Finde ich richtig toll. Ich muss echt sagen, also hier Getränkehalter bei. Ich mag das Auto einfach. Also das ist qualitativ echt eine Augenweide. Aber wenn man hier so sitzt, dann schaut hier so rein. Dekoriert das so ein bisschen aus. Aber ich finde das Fahrzeug echt Bombe. Und den haben wir eben jetzt wieder ganz neu in unserer Ausstellung. Da freuen wir uns auch drauf. Es sind auch noch weitere bestellt. Die sind nur noch nicht da. Klar, weil Tournee hat natürlich auch wie alle momentan ein bisschen Lieferzeit. Ist aber keine große Schwierigkeit, weil ich finde Tournee ist da immer noch relativ schnell. Ab Neubestellung liegen wir da immer noch zwischen sechs und sieben Monate aktuell. Also das ist okay. Das kann man vertreten. Und da kann man sich dann noch konfigurationstechnisch gut austoben und kann das bestellen, was man eben gern möchte. Und finde ich toll. Und qualitativ, ich sage nochmal beim Tisch, wenn man den anguckt, sehr wertig. Eine dünne Platte trägt nicht so auf, ist nicht so pompös, ist alles schön zierlich, aber trotzdem massiv. Das sind kratzfeste Oberflächen, feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, kratzfest. Also hier kann nichts passieren. Also das ist wirklich phänomenal. Und das Auto, also ja, ich möchte nicht sagen, ich liebe es. Also ihr merkt schon, ich bin da wirklich begeistert. Ich muss jetzt nur ein wenig sparen, aber dann werden wir wahrscheinlich irgendwann selber einen holen, weil ich bin echt so begeistert von dem Fahrzeug. Das finde ich richtig, richtig geil. Die Farbe, gut, Eisblau ist, finde ich toll. Die Farbe kommt richtig gut raus. Also wenn man es länger anschaut, wird es immer schöner. Also am Anfang habe ich mir so gedacht, Eisblau weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in dem Kontrast mit dem Schwarz, also ich finde es richtig gut. Ja, das wollte ich euch heute mal kurz vorstellen in einer kleinen Roomtour, in einer kleinen Roomtour. Natürlich nicht ganz so professionell wie der Tobi, aber den gibt es jetzt live bei uns anzuschauen, auch in Dingesbühl. Steht in unserer Ausstellung. Da kann man dann, wenn wir wieder dürfen und wenn Corona natürlich das zulässt, wobei ich zuversichtlich bin, dass das nicht mehr lange dauert, auch anschauen und einfach mal durchrufen. Dann können wir uns einen Termin raussuchen, wenn ihr wollt, um das Auto auch live zu sehen. Ja, in diesem Sinn mal ein etwas anderes Video aus Dingesbühl. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ich darf mich an der Stelle wieder mal und noch intensiver bedanken bei euch für das Schauen meiner Videos, für die positiven Resonanzen, für die Likes, für die Abonnenten. Dafür tausend, tausend Dank. Wir sind heute exakt am ersten März ein Jahr alt worden. Ja, ein Jahr mega Caravan in Dingesbühl und es war echt nicht leicht für uns, weil wir haben am ersten März vor einem Jahr eröffnet und mussten ja dann 14 Tage später gleich schließen, weil dann kam der erste harte Lockdown. Und ja gut, dann haben wir im Mai wieder aufgesperrt, Ende April. Und dann haben wir die Saison gut überstanden, konnten uns ein bisschen etablieren. Und dann kam aber im Herbst ja schon der Lockdown light und gefolgt von dem nächsten harten Lockdown, der jetzt weit in das neue Jahr hineingeht. Ja, was soll ich sagen? Ihr wisst es alle selber, wir haben alle das Problem zu tragen und es ist halt einfach nicht ganz ohne, wenn man dann noch dazu ein junges Unternehmen ist, wie Mika Caravan und aus dem Nichts raus hier neu anfängt. Viele Investitionen und viele Sachen sind zu tun und zu fertigen und das ist schon nicht ganz ohne. Aber wir sind umso dankbarer für all diejenigen, die uns so toll unterstützen, angenommen haben. Und ja, da sind wir echt jeden Tag sprachlos, jeden Tag glücklich und wir finden es einfach phänomenal, wie wir in der Camper-Szene hier aufgenommen worden sind. Und wir wollen uns auch hier noch ganz viel tolle Sachen einfallen lassen, um immer wieder auch euch zu danken. Und ja, da ist man einfach sprachlos. So, aber jetzt ist gut, jetzt habe ich wieder genug gequasselt. Das nächste Mal gibt es wieder ein bisschen ein Technik-Video. Aber ich war jetzt so begeistert von unserem neuen Auto hier. Das musste ich jetzt einfach euch zeigen und darf ich auch nicht vorenthalten. Finde ich einfach nur mega. Also, habe ich schon mal gesagt, in dem Sinn, euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Alles Gute, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video, hoffe ich. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.